Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen Deadpool. Ah, cool. Ja, wir starten die Kampagne. Und spielen Trautes Heim. Ultrabrutal. Veteran. Kinetisch überlegen. Wir spielen... Auf Veteran, würde ich sagen. Boat. Und, uh, regarding that other thing you texted me about, I, I can't, I, I mean, it was just supposed to be that one time, and I, anyway, just call me. Deadpool, it's Peter Della Penna from High Moon Studios. You know, the guy you kept calling dickhead when you cornered me in the parking lot the other night? Anyway, I looked over your proposal. Not gonna pretend I understand any of it, but the answer is no. We're gonna pass on your big game idea. What? He said no? That was our chance to be in our own video game. Maybe we shouldn't have written the proposal in crayon. Relax. You know he's gonna call back. Oh, yeah, because of the... Deadpool. Hey, speeder. You know, dickhead. Remember when I called you earlier and told you no? I'm such a joker. Because I meant yes, of course. The new proposal you sent over this morning went off with a big bang and the opposite egg. Genius. Genius. Just genius. So, summing up. Congratulations. Let's make a video game. See? Once again our explosive personality wins the day. High five! No high fives were voices in our head. I've got my top designers banged away on a script right now. As soon as it's ready, we'll send it right over. Script? Is the sound a bit elektronisch, or liegt das on me? This is bullshit. A script? Pfff. Like some dingus word writer's gonna know better than me how to show how amazing I am. Amazing is more Spider-Man's thing, really. Yeah, right. What's so amazing about that geek? Well, superhuman strength and reflexes, extrasensory perception, genius-level intellect, the ability to stick to any surface. Know what else sticks to any surface? A load of goo? Ooh, Spider-Man. But does Spider-Man have a sweet-ass supercharged healing factor? No. But me? Some jackass gets lucky and tags me with a stray bullet? Whatever. Freaky cellular regeneration for the wind, bitches! And another big difference is, we kill the shit out of people. Damn right. Ich weiß, es gibt... We need a good Teddy-Movie. Yes, we do. Yes, we do. Ahem. Es gibt... Immer wieder Szenen, wenn man einfach mal nichts macht oder so, ne? Oder so. Why are we watching TV with our full costume on? Because I get the feeling, someone is watching us. Ach, wie kommst du drauf? Ne? Gib ich den auf, komm. Hey, was ist das? You guys tracken my every move now? But I haven't even accomplished anything in this game yet. And there's another one. Oh, so it's gonna be one of those games, huh? Ich hab grad zwei achievements bekommen. Die erste ist grad, ist die zweite auch oder so. Wie ein Nickerchen? Uh? Irgendwas war hier doch grad noch weh oder nicht? Wenn ich grad irgendwas mit... Ne. Komm. Okay, ich bin's jetzt schon geil, Alter. Okay. Mit Danbulls Kram gespielt. Eins von vier. Oder eins von 14. Hab ich jetzt grad nicht... Uh. Angeben. Alles klar. Ne, ich guck mich erstmal hier noch weiter um. Da steht da alles. Als nächstes kommt erstmal Teaser-Video. Okay. Okay. Rot-Rakete, Rot-Rakete. Und ich werde dich nicht filmen. Nein! Ja! 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 Okay, jetzt mal das immer. Ja! 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 Ja, ja! Ja, ja. . . . . . . Du hast für das. Hunger ist auf! Das ist so. Ich liebe die die größten, die machen. Ich glaube, es ist so. Ich habe mir gedacht, eine ganze Maske. Ich hoffe, das Spiel, nicht den ganzen Fakten, die Tragedy- Um was? Uh, um Einschalten... äh, zum Einschalten. Ah. Ah, ich kann nicht mehr. Nein! Pizza-Time? Uh! Hm, 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 hm. Hm, hm. Ich dachte wirklich nicht, dass ich das Masken durchfühlt habe, oder? Hey! Wie kannst du... Das ist cool. Ah, egal. Obwohl, ich ess mal so lange Pizza, bis es geht. Oh, das ist ein Moment auf dem Lippen. Ein Leben auf dem Humpen. Das Taco schmeckt lustig. Vielleicht liegt Sarah, dass es kein Taco ist. Letzt'n bisschen essen. Dammit! Ech! Tasted like a cheap-out source crop. Let me guess, I just ate the leftover pizza from all that developer crunch time. Am I right? Ha? You last seconds schmucks. Kruppenzwang macht mich zum Trinker. Kruppenzwang macht mich zum Trinker. Bär! Okay, wir hören auf. Okay. Oh, kochen. Ich rechne mit Gesellschaft. Achievement willkommen. Wenn ich jetzt wieder... Was konnte ich hier grad... Uh, und was? Ach, Kühlschrank. Oh Mann. Warte, ich mach die Tür jetzt noch nicht auf! Nö! Ich muss erst mal noch weiter erkunden. Ah! Ah! Nathan, do this! Please! Why the long face? Haha! She always looks so surprised to see us! If this game had a shame meter, it would be full right now. Ah-ah! Irgendwas konnte ich gerade uhren, zum Betrachten, okay. Ach, warum denn nicht? Oh, das war's? Oh. 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 Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich aufstehen soll oder nicht. Okay, wir stehen auf. Ich muss noch mit vier Sachen spielen, sag ich mal. Okay. Ich hab gleich nichts mehr. Okay. Was stand da? So, nee, will ich nicht. Uh. Oh, wirklich? Ja, im Ernst, ich will nochmal betrachten. Gleich. Geht das nochmal? Bringt mir das jetzt was? Oh. Uh. Oh. Aber immer noch nichts. Oh, Baby, you're the only one for me. Mmh. Oh, look at these board weapons. Just waiting to be used. Ich glaube, das bringt nichts, oder? Aber mir fehlen noch ein paar Sachen. Fahrrad vielleicht? Nee, ich will die Tür noch nicht aufmachen. Ich muss noch mit ein paar Sachen irgendwas machen. Interagieren und so. U für ein Nickerchen. U um Herrn zu sehen. Wuh-Hoo! Es fehlt mir immer noch was. Zwei Sachen muss ich noch machen. Zwei Sachen! Nee, Pizza-Time hatte ich schon. Aber ich muss nochmal auf Toilette vielleicht, ne? Hat er gesagt, er muss pissen. Holy crap, huh? What kind of game do you think this is? Freak. Coming in hot! Blup. Coming out hot is more like it. We really should cut back on the Mexican food. Ay-yay-yay! Muy caliente es no bueno! It burns! Oh my God, it burns! What? Okay, ich glaube mehr als ein Handy rausholen macht er nicht. Okay, mir fällt nicht mehr ein, was ich machen kann. Ich öffne jetzt endlich mal wirklich die Tür. Hier war gerade noch was. Uh! Oh! 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 Mit dem was? Oh! 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 Kann ich noch mehr essen? Nein, das ist eine Pizza. Obwohl, vielleicht ist das letzte das mit der Tür. Egal. Ich habe ein Package. So do I. Yoink. Package. Shit. As I suspected. Words. Everywhere. Lame. We should read some of them. Fine. Scene one. Dark and stormy night. Deadpool is contracted to kill media mogul Chance White, who is blah 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 de de blah blah. Don't need that. Edit that. Ah, crayons. Very classy. Why are we trying to kill what's his face? Who cares? I'm making art here. Behold. Hm, not sure the player understands our thinking yet. Hey player, just go with it. We're about to change your fucking life. Bring the noise! Okay. Oh, a sewer. How quaint. Ah, does anybody remember how to play? I never read the manual. You can't read. Yes I can. I only play PC games. Hey, there's some text. Eh, player, read that shit. Do whatever High Moon says. Ah, sweet. Jump button. Wurde Q da ist, weiss ich auch nicht. Uh. Light attacks. Check. Heavy attacks. Got it. I command goons to spawn so we can test our match skills. Hey, fix our light and heavy attacks together and see what happens. Zack. Sure. Ah. Woohoo. With me. Enemies can't hurt us while we are teleporting. Can't hit what isn't there, baby. You know what's better than not getting hit? Hitting back. Okay. Ah. Was muss ich? Okay. Als ob. Was? Huch. Sometimes it's the setup work that'll get you all tuckered out. Bounce house. Check. Wahoo. Boing. 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 Wahoo. Boing. 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 Okay, wir sehen uns bei Das nächste Mal wieder Haut Da rein Kann ich eigentlich speichern? Nein, kann ich nicht Okay, haut rein